Herzlich Willkommen zu diesem Video und heute quasi der zweite Teil meiner Home-Reihe. Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein Video gemacht über Spiele auf der SNES Mini erweitern, SNES Spiele dazu hinzufügen. Äh, das funktionierte auch. Jetzt geht es in diesem Video aber um die Nintendo Switch und eigentlich habe ich gesagt, ja, jetzt hat Nintendo 5, Firmware 5.0 released, jetzt ist es unhackbar, sagen die auch. Stimmt auch, halb. Software-technisch ist die Switch jetzt unhackbar. Hardware-technisch hat Nintendo doch jedoch geschlampt und hat einen alten Tegra-Chip eingebaut, wodurch es eine Sicherheitslücke gibt, wodurch man mit ganz einfachen Mitteln trotzdem noch Homebrew installieren kann. Und das zeige ich jetzt und wir sehen uns dann gleich an der Kamera wieder. Bis gleich. Als allererstes kommt die Frage, was brauchen wir? Und, ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage und die werde ich jetzt beantworten. Und was wir brauchen, ist eigentlich, äh, nicht viel. Äh, ganz einfache Sachen. Wir brauchen eine Switch, ein USB-SD-Kartenlesegerät. Ich habe jetzt das, was mir als erstes von Amazon vorgeschlagen wurde, benutze ich für vieles. Ist ganz gut, kann man nutzen. Und, äh, ein USB-C, ähm, Kabel für die Switch. Ich benutze sogar das Originale, einfach weil original. So, jetzt um zu zeigen, ähm, was wir brauchen, ähm, gehen wir mal wieder zurück zum PC. Äh, bevor wir das aber machen, zeige ich nochmal eben, was, ähm, was wir noch machen müssen, ist entweder. Ja, es gibt drei Möglichkeiten, äh, diesen, ich sag dazu, jetzt mal Hard-Mod, Hardware-Mod zu machen. Man kann entweder eine Wäscheklemmer so ähnlich irgendwie formen. Äh, würde ich nicht empfehlen, ist das Komplizierteste. Ähm, das ist entweder eine Möglichkeit, die habe ich erst benutzt, ähm, entweder, oder man kann, sehe ich aus dem 3D-Drucker sowas ähnlich, wie diese Wäscheklemmer aus Plastik drucken lassen. Das ist natürlich viel komfortabler, aber wahrscheinlich sogar die einfachste Möglichkeit, nur in Deutschland ziemlich schwer aufzutreiben. Oder, ähm, die dritte Möglichkeit, die ich nutze, man kann, äh, auf zwei Arten seinen rechten Joy-Con mehr brauchen. Den rechten Joy-Con, der linke ist jetzt erstmal irrelevant. Äh, man kann seinen rechten Joy-Con modifizieren dafür. Entweder baut man ihn auseinander und lötet, ähm, ähm, Kontakt 9 und 10 zusammen. Dann durchmacht man ihn aber kaputt, deswegen machen wir das nicht. Ich habe die zweite Variante gemacht, äh, einen Moment. Ähm, ich werde das sofort mal erklären, wie das dann auch funktioniert. Ähm, nämlich, wie funktioniert dieses Tolle? Wie man sieht, habe ich hier ein Stück Alufolie genommen. Dieses Stück Alufolie geht auf Chip 9, auf Chip 9 und Chip 10. Ja, die dürfen auch nur Chip 9 und Chip 10, äh, berühren, alles andere nicht. Und der ist hier unten festgeklebt, damit der natürlich auch fest bleibt. Dadurch, äh, hat man sich das Umblöten gespart oder die anderen beiden Möglichkeiten ist das Einfachste. Kann den Joy-Con dran lassen. Man könnte den auch so lassen, das hat keine Einschränkung. Das ist, äh, meiner Meinung nach die einfachste Methode. Äh, man muss halt nur aufpassen, dass dieses kleine Stück Alufolie, muss Alufolie sein, ähm, natürlich nicht zerreißt. Ähm, das wäre natürlich ein bisschen blöd. So, diesen Joy-Con können wir wieder reinstecken und können wir auch drinnen lassen. Ansonsten, äh, sage ich andere nochmal. Als nächstes müssen wir die Switch ausmachen. Die Switch ausmachen und, äh, die SD-Karte rausnehmen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt eine, ähm, SanDisk, na komm her, eine SanDisk Ultra 32 GB Micro SD-Karte. Kann aber jede beliebige Switch-SD-Karte oder genutzt werden, äh, die ihr in eurer Switch nutzt. So, als nächstes mache ich mal den, na doch, den lasse ich mal an. So, als nächstes, ähm, müssen wir die SD-Karte am PC verbinden. Und dann sehen wir uns jetzt gleich, äh, am PC wieder. Bis gleich und, äh, ja. Ich habe jetzt meine, ähm, SD-Karte reingemacht. Ich mache mal den, äh, hier wieder raus. Und, ähm, ich habe jetzt meine SD-Karte reingemacht. Äh, hab, äh, weil ich das schon installiert hatte, den, äh, die Custom-Firmware habe ich jetzt alles mal rausgelöscht. Das heißt, eure SD-Karte sollte im unversehrten Zustand nur einen Ordner mit Nintendo drin haben, mit diesen drei Ordnern. Äh, mehr nicht. Ähm, dafür packe ich euch jetzt einen Link in die Beschreibung. Da kommt ihr auf diese Seite, auf github.com. Und dort könnt ihr, müsst ihr euch den Payload.bin und SD-Files.zip runterladen. Das ist dann, ähm, dieser Ordner. Hier ist SD-Files und das ist der Payload. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ähm, ohne das geht's nicht. So. Dann packe ich mal eben ganz schnell das hier, hier rein. Dann sieht eure SD-Karte so aus. Das war's eigentlich auch schon mit der SD-Karte. Ihr könnt, ihr wollt ja auch später Homebrew-Sachen fertig machen. Müsst ihr einen Ordner namens Switch erstellen. Den hab ich hier schon. Den hab ich jetzt mal hier gebackupt. Ähm, in diesen Switch-Ordner kommen später alle, äh, Homebrew-Anwendungen. Zum Beispiel jetzt SNES 9X NRO. Ihr müsst euch aber bewusst sein, dieses, diese Methode geht für, äh, ist nur für Version 5.0.2. für die aktuellste. Ihr müsst euch also bewusst sein, dass die ganzen Sachen noch für die alte Version, wo das ging, für 3.0.0 gehen. Das heißt, die meisten sind noch nicht angepasst. Das heißt, das ganze, das ganze Homebrew-Sache ist noch sehr im Alpha-Stadium und funktioniert teilweise nicht richtig. Ähm, nächster Nachteil ist, sobald ihr eure Switch im Homebrew-Launcher auf Stand-by macht, müsst ihr die neu starten. Weil sich dann die Switch softlockt. Ist noch ein Bug, äh, einfach neu starten, 12 bis 15 Sekunden oder 10 bis 15 Sekunden Power gedrückt halten. Danach loslassen, dann nochmal Power halten. Der Nachteil daran ist, nach, je nach immer, wenn man seine Switch ausschaltet, komplett und wieder anschaltet, geht die, die komplette Custom-Firmware weg. Das heißt, ihr müsst den Payload, machen wir gleich, nochmal neu auf die Switch ziehen. Äh, das ist momentan noch sehr, sehr, äh, unpraktisch an der, äh, Switch. Äh, ich hoffe, dass das bald gefixt wird, aber das ist momentan der Stand der Dinge, das geht nicht anders. So, jetzt brauchen wir, äh, ganz dringend brauchen wir zwei andere Programme. Brauchen wir gleich, äh, wir wollen das über Windows machen. Äh, das geht nämlich ursprünglich nur mit OSX, Linux oder Android. Und, äh, wir wollen das über Windows machen, deswegen brauchen wir das Programm Tegra RCM Smash. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung mitsetzen mit zur Gip-Habseite, ähm, kriegt ihr eine Zip-File noch von mir mit diesem Tegra RCM Smash und Zadig 2.3. Wir brauchen jetzt Zadig 2.3, können das schon mal öffnen. Und, ähm, müssen jetzt brauchen wir, äh, unsere Büroklammer, die wir modifiziert haben. Äh, entweder macht ihr das einfach googeln, äh, diesen, ähm, Jig, ähm, das Ding, 3D gedruckte Ding für das, äh, für die Switch oder den modifizierten Joy-Con. Und ich habe jetzt, wie vorhin gezeigt, den modifizierten Joy-Con mit der Halo-Folie. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch die beste Variante. Okay, ähm, hätten wir das. Dafür müssen wir jetzt unsere Switch in den Recovery-Modus setzen. Dafür tun wir unser modifizierteren Joy-Con in diesem Fall oder die Büroklammer oder was auch immer ihr dafür nutzt, äh, in die Switch in den rechten Port. Das muss der rechte sein, der linke ist irrelevant für die, für, äh, die Custom-Fearware, äh, muss der rechte sein. Dann drücken wir Power-Lauter und den Un-Button. Dann kann man nach zwei Sekunden loslassen und die Switch sollte nicht angehen. Wenn bei euch die, äh, trotzdem das Nintendo-Logo kommt, habt ihr was falsch gemacht und müsstet, müsstet entweder, äh, Feinjustierungen machen oder es funktioniert bei euch nicht. Äh, wenn, wenn aber alles, äh, äh, vernünftig angesteckt ist, äh, verbunden ist und so, sollte die Switch jetzt trotzdem ihr den, äh, Power-Button gemacht habt, noch ausbleiben. Weil ihr ja noch den Lauter-Button mitgedrückt habt. Ihr müsst erst den Lauter-Button drücken und dann an. Ja? So, jetzt seid ihr, jetzt seid ihr im Recovery-Modus. Jetzt könnt ihr das USB-C-Netzteil anstecken. Und Windows sollte euch eine Meldung, dass ein Gerät dran ist. Aber es sollte keine Meldung kommen oder hier ACX müsste da stehen. ACX wird eingerichtet. Wenn da Nintendo Switch steht, habt ihr was falsch gemacht. Da muss ACX oder irgend, äh, so ähnlich auf jeden Fall. Wir können ja mal eben im Gerätemanager gucken. Im Gerätemanager unter USB-Geräte, äh, unter irgendwelchen Geräten. Jetzt finde ich das selber nicht. Hm. Ja gut, da müsste auf jeden Fall was mit ACX stehen unter USB-Geräte. So, jetzt müsst ihr auf Options und List All Devices APX. Nicht ACX, sondern APX. Jetzt müsst ihr auf ZADIC, äh, auf Options und List All Devices dann, äh, APX, ähm, auswählen. Und, äh, den Driver, äh, den Treiber, äh, den Treiber, Lieb USB-K Version 3.0.7.0. Ganz wichtig, das hier und APX, weil wir jetzt einen Treiber auf die Switch schlagen. Ähm, jetzt müsst ihr auf Install Driver klicken. Bei mir steht es Reinstall Driver, weil ich ja, wie gesagt, das schon mal gemacht habe. Ich kann es trotzdem nochmal machen, äh, steht hier Installing Driver, das ist jetzt gleich. Und dann, the driver was installed successfully. So, jetzt können wir das Programm wieder schließen. Jetzt, ähm, switch ich, ha, lustiges Wortspiel, switch ich mal wieder zurück zum Handy. Jetzt kommt nämlich der spannende Part, sagen wir mal so. Wir werden nämlich jetzt den Payload of die Switch machen. Weil die jetzt für uns offen ist, äh, bitte den Joy-Con oder die Finger noch nicht entfernen, sondern dranlassen. Bis, 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 ähm, bis ich sage sozusagen, dass es weg soll. Gut. Äh, dann sehen wir uns, äh, wieder an der Handy-Kamera. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier, äh, an der Switch. Und jetzt, was ihr machen müsst, ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz, ähm, ihr müsst, dafür nehme ich die Smile hier ganz kurz runter, ihr müsst jetzt, ähm, die Payload-Datei, diese hier, die jetzt ziemlich unscharf dargestellt wird, äh, Moment. So, ihr müsst die Payload-Datei, diese hier, Integra RCM, Smash ziehen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ich zeige das mal, ich ziehe die jetzt mal drauf. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte Folgendes passieren. Zack. Und was jetzt passiert ist, ich zeige das mal, ich dir mal näher dran. Wir haben eine Hardware-Lücke ausgebracht und installieren jetzt die Custom-Firmware. Ja, ähm, mit den lauter-leiser-Buttons hoch und runter, leiser runter, lauter hoch und mit Power ist Select. So, dann gehen wir auf das erste Launch-Firmware, drücken einmal Power. Und ich habe keine SD-Karte drin. Die sollte übrigens vorher SD-Karte reinmachen. Ähm, dann, ähm, geht das auch. Ich habe keine SD-Karte drin. Ähm, jetzt können wir wieder ausschalten. Ähm, einfach dann, falls es bei euch auch passiert, einfach wieder in diesen RCM-Modus, also Minus gedrückt halten und Power. Und dann kommt man da rein. Ich zeige das hier auch nochmal. Wir drücken Power. Und dann links. Und dann kommt bei Windows ein Geräusch, weil das jetzt erst dran ist. Und jetzt, äh, wie gesagt, mit, äh, mit eingesteckter SD-Karte Payload auf das Programm RCM Smash, als wenn das ein Ordner wäre. Und dann öffnet sich wieder das hier. Wir gehen auf Install-Firmware. Und dann auf CFW. Einfach wieder mit Power bestätigen. Dann kommt hier irgendwelches Gedönse und eure Switch wird neu gestartet. So. Jetzt Nintendo Switch. Könntet ihr theoretisch die Wäscheklammer, äh, die Wäscheklammer, die Büroklammer oder das andere Ding entfernen. Da wir jetzt aber einen modifisierten Joy-Con haben. Können wir den einfach dran lassen. So, jetzt sehen wir, es ist alles normal. Eigentlich, ähm, wenn, wenn alles richtig gemacht ist, geht man jetzt hier auf Album. Und statt Bilder sollte sich das hier öffnen. Wir sind im Homebrew-Menü. Ähm, ich hab jetzt hier einen SNES und einen Nintendo-Emulator. Ihr könnt auch mit B einmal weg. Und, ähm, seht ihr dann den Nintendo-Ordner. Ähm, und, äh, wir gehen mal wieder ins Menü. Und dann, äh, auf SNES. Und wenn wir jetzt den laden wollen, den SNES-Emulator, geht das nicht. So. Mit einem Home-Klick kommen wir wieder zurück ins Normale. Wir können auch ganz normal die Spielekarten reintun und nutzen. Das ist kein Problem jetzt, wenn ich jetzt mal auf Standby gehe. Jetzt geht das, ähm, solange das auf Standby ist, geht's. Wenn ihr in diesem Homebrew-Launcher seid, in diesem drin und dann auf Standby klickt, äh, dann softlockt sich eure, äh, Switch. Und, äh, ihr müsst den Payload, nur den Payload. Ihr müsst nicht alles wieder neu auf die SD-Karte ziehen, sondern ihr müsst nur den Payload wieder aufs Programm ziehen. Ähm, und dann hier, äh, auf Install CFW, ähm, kleben. Ähm, dann ja, und bei jedem Neustart. Ähm, ähm, wenn ihr die komplett ausschaltet und wieder anschaltet, müsst ihr das machen. Wenn ihr das einfach hier im Home-Menü, wenn ihr, das heißt, bevor ihr, äh, wenn ihr im Home-Brew nutzt, äh, immer einmal Home drücken und dann, ähm, hier im Menü dann auf Standby. Okay, dann könnt ihr sicher sein, es bleibt installiert und, ähm, ihr könnt die auch noch normal nutzen. Genau. Zum Beispiel jetzt, jetzt hat sie sich gesoftlockt, jetzt kann ich hier drücken, wie ich will. Äh, jetzt muss ich, kann ich einmal vorführen, ein, 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 ein paar Sekunden halt, äh, die ist hier den Knopf gedrückt halten. So, und dann nochmal, und dann passiert nichts, auch gut. Normalerweise sollte das jetzt angehen, ähm, eins, zwei, drei, vier, äh, äh, ne, ein, 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 ein. So, das sollte reichen. Es waren jetzt auch tolle Sekunden gezählt. ja, jetzt läuft es. Wir müssen halt nur lang genug drücken. Jetzt geht die an. Problem jetzt, wie gesagt, ist halt nur, weil wir die jetzt komplett ausgeschaltet haben, wieder angeschaltet haben, was halt öfter passiert in diesem Alpha-Stadium, dass das mal softlockt. Wenn wir jetzt aufs Album gehen, ist die komplette Custom-Firmware weg und wir haben wieder das normale Album. Jetzt müssten wir theoretisch wieder die Switch ausschalten, den Payload installieren und dann hätten wir das wieder. Da momentan aber sowieso kaum was mit der 5.0.2 funktioniert, außer der reine Launcher, ist das jetzt nicht allzu schlimm. Aber es ist zur Demonstration, ey, Switch-Firmware, Custom-Firmware funktioniert auch auf der aktuellsten Version und das kann nicht gefixt werden, solange Nintendo keine neue Switch rausbringt. Weil das hardware-technisch ist. Das ist sozusagen ein Hardware-Mod, den wir hier vormachen. Und da das hardware-technisch ist, kann Nintendo mit Software-Updates da so viel nachliefern, wie die wollen. Das wird nichts bringen. Gut. Von mir war's jetzt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit Homebrew. Falls irgendwas Neues kommt zu Switch Homebrew, werde ich sicherlich auch nochmal ein Video machen, wo wir ein paar Spiele antesten, da das momentan nicht funktioniert. Zumindest bei mir erstmal nicht. Nicht. Dann, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Aber wahrscheinlich sogar bald nicht mehr mit diesem Mikro hier. Ich bekomme morgen Neues. Ja, das wird toll. Und es ist jemand online. Gucke ich gleich. Muss ja nicht jeder wissen mehr. Dann, bis zum nächsten Mal. Und, ciao. Ciao.